Und weiter geht's. So, dann lässt sich das mich leichter bearbeiten für mich. So. Äh, ja. Das Vieh muss ich auch mitnehmen. Obwohl wir vorher noch einen Fisch. Und gehen auch gleich erstmal nochmal pennen. Ich hab ein Skelett gehört. So. Wo ist das Skelett? Ich hab's doch gehört. Du kommst mit. So. Weg von den Dschungel. Äh, äh, äh. Auch cool. Ach, ich kann ja nix mehr aufnehmen. Haha. Samen können weg. Die normalen. Lian müsste ich auch mitnehmen. Müsste noch ein paar Bäume fällen. Äh. Ach Gott. Also, einen Hund werde ich mir nicht anschaffen. So viel steht fest. Ich wüsste auch nicht, was ich mit dem blöden Vieh soll. Da steht ja eh nur rum. So eine Katze halbwegs nutzen. Ja, jetzt. Flutscht doch. Halbwegs. Kaum noch ein letzter Fisch. Boah. Alter. Übertreib mal nicht. So. Und jetzt. So. Jetzt können wir uns... Auf dem Weg... Ne, wir brauchen ja noch eine Katze. Scheiße. Äh. Ich wollte hier... Wieder weg. Ich will hier wieder weg. Okay. Unter uns in der Höhle sind... Ich hab die Katze vergessen. Mitkommen. Mitkommen. Scheißgetier. Okay. Den... Baue ich mal nicht ab. Nicht, dass da mir denn... Der... Boden unter den Füßen weggezogen wird. Nehmen wir das da auch mal mit. Oh Gott. So. Wir brauchen noch einen... Partner für dich. Katze. Und wieder rein in den Dschungel. Schützt mich vor Creepern, Scheißvieh. Ja. Nö. Jetzt ist die Frage... Was hasse ich merkt? Die Katze oder Kühe? Äh. Creeper. Ach. Mist. Wann macht der jetzt die Maus? Die schwackt hier wieder rum? Habe ich da gerade einen Tannenbaum gesehen? Ja. Schweine. Wollen wir schon mal einen... Tannenbaum finden? Den nehmen wir doch mal ein paar mit. So. Wird kein Knöpfe wegpacken. Ah, erstmal... Können wir... Die Axt verbraten. Ach, Mist. Ich hätte den anderen Baum fällen sollen hier. Ich gebe mir einen Samen. Mit Setz legen, bitte. No. Jetzt stellen wir uns mal da rauf. Können wir noch die Reste abholzen. So. Jetzt die Cater, Scheiß. Okay. Und jetzt überlegen, was schmeißt man noch mit raus? Äh. Schaufel. Mä. Gut. Mitgenommen. Und wieder rein in die Dschungel. Da sind Schweine. Aber ein einzelner Ocelot ist echt scheiße. Warum... Warum kann da nicht gleich noch ein zweiter sein? Was ist das für scheiße? Ui. Ne. Höhlen-Tours gibt es hier nicht. Nein. Nix. Alter. Hallo. Ich brauche noch einen Geschlechtspartner. Kommt zurück. Kommt zurück. Kommt zurück. Ne. Ist jetzt nicht echt der Runterhead-Sprung. Alter. Mach mich nicht fertig. Getier. Oh. Hier kommt er jetzt mit. Wir gehen jetzt nach Hause. Ich gehe aus diesem Dschungel raus. Ich bin fertig hier. Jetzt kann ich mir aussehen noch eine Baby-Katze gemacht. Nein. Die tapst aber auch so süß hinterher. Oh. Nö. In Wahrheit bin ich kein Katzenfreund. Liegt daran, dass ich allergisch gegen die Viecher bin. Alter. Ich will hier raus. Ich will raus aus diesem Dschungel. Oh. Alter. Oh. Das ist nervig. Ich glaube ja nichts anderes, als dass es nervig ist. Auch nicht gut. Jumpen die mir alle hinterher. Ja. Gehen wir aus dem Weg. Schuss fliegt nicht runter. Au. Soll ich ja nicht so tief. Oh. Aufpassen, wo man hinlatscht. Ein bisschen Holz können wir denn auch noch mitnehmen. Aber erst wenn ich hier am Rand von dem scheiß Wald bin. Dschungel. Geholzt. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. 1200 Meter. Äh. Äh. 400 Meter. Dann sind wir am Rand. Würde ich meinen. War auch geil. Wie, er springt da runter. Obwohl Katzenklingerkin falsch haben, soweit ich weiß. Oh. Puh. Erschreckt mich das scheiß Schaf. Alter. Alter. Geh mal aus dem Weg. Höhe ich schon. Wenn hier schon noch ein Ocelot ist, dann nehmen wir es mit. Soweit man es nicht mehr braucht, sind sie. Gibt es sie wie Sand am Meer. Geh mal aus dem Weg, Schwein. Geh mal aus dem Weg, Schwein. Du nervst. Ah. Mitkommen. Jetzt habe ich noch eine Siam-Katze. Wir sind raus aus dem Dschungel. So, jetzt müssen wir, ähm. Da ist wieder der Dschungel. Die Leute fragten mich, ist es schwer, Katzen zu hüten. Ich sage, ja, es ist eine Lebensaufgabe und das kann nicht jeder. Ich bin ein Katz-Kat-Boy. Und ich bin lieb. Und ich liebe es. Ja. Wir sind fast am Rand. Boah, jetzt spawnen wir nicht in die Füße rein. Ist ja schlimm. Da gab es doch mal diese Werbung mit diesen Katze-hütenden Cowboys. Ich habe mir jetzt zur Lebensaufgabe gemacht, Creeper zu jagen bis ans Lebensende. Wo ist er hin? Ist der Hund einfach hin? Ich wollte mich endlich mal an den Creeper rächen. Und es wird dunkel. Hm. Ein paar Lianen müsste ich auch mal mitnehmen. Also, ich habe es ja schon hier. Ich habe Bodyguards, Leute. Ich habe Bodyguards. So. Das kann ich nicht wegschmeißen. Damit ich ein paar Lianen mitnehmen kann. Hm. Ich bin jetzt gerade... Versuch, die... Ich will zack wegzuhauen. Den war... Ne. Oh Gott. Ne, an den kommen wir nicht hoch. Den auch nicht. Das kann ich nicht wegzuhauen. Gut. Die Rosen mitnehmen. Ah ne, ich hab ja kein Platz. So. Muss jetzt aber auch wieder Schluss machen. Katzen, kommt her. Ich mach wieder mein Winkelfuchte und sag bis zum nächsten Mal, Genossen. Glück auf.